Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Lens Island. Ich, äh, ja, oder beziehungsweise wir sind zurück hier. Ich muss selber erstmal gucken, wo sind wir denn überhaupt? Ach ja, stimmt. Wir sind auf dem Inselchen hier. Und wir wollten, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, wollten wir wegdüsen, ne? So, wir waren, glaube ich, hier soweit fertig. Genau, wir wollten jetzt hier die Höhle, da und ich glaube, das war's, ne? Drei Höhle noch. Das heißt, wir müssen hier unten hinrudern. Okay, dann machen wir das mal. Ja, willkommen zurück, hallo und schönen guten Tag. Oder labend, wie auch immer. Ähm, ich hab jetzt eine längere Aufnahmepause gehabt. Also, ähm, es kann sein, dass, äh, ich ein bisschen raus bin. Das, äh, ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Huch. Ich denke, wir werden, wir werden unseren Weg finden. Geh ich mal von aus. So, ich guck mal eben. Okay, da lang ist richtig. Wir steuern quasi genau drauf zu. Wir starten jetzt in der Nacht, ist jetzt nicht so toll, ich weiß. Was macht eigentlich unsere, unsere, äh, was macht eigentlich unsere Ernte? Frage ich mich jetzt gerade. Äh, was ist die jetzt, die wird doch jetzt verrottet sein, oder? Also, oder, oder wie ist das? Vermute ich jetzt mal. Höre ich mich jetzt doppelt, oder meine ich das nur? Test, so, oh. Hallo, meine Freunde. So, wie steige ich nochmal ab? Mit E. Oh. Nein, mit der 2. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich höre mich doppelt, oder? Oder meine ich das nur? Meine Augen aber gucken. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. Dumm. Bump. So. Clay nehmen wir mit. Sind wir überhaupt richtig? Nein, das ist eine kleine Mini-Insel. Egal. Wir gucken mal. Vielleicht finden wir hier irgendwas Schönes, was wir, äh, gebrauchen können. Clay, boah, nehmen wir immer mit. Clay. Ich brauche Clay. Clay, 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 Clay. So. Ein sehr schönes Spiel, wie ich finde. So. Mittlerweile ist ja schon wahrscheinlich, wenn die Folge kommt, Sherlock Holmes schon angelaufen. Ja, wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich es durchspielen werde. Ich denke eher nicht. Vielleicht für mich privat. Aber ich glaube mehr, wie, glaub, die Folgen, die es jetzt sind. Ich weiß es nicht. Vielleicht werde ich noch ein, zwei Folgen drauf nehmen. Mal gucken. Will aber nichts versprechen. Vielleicht noch, aber das war es dann sonst auch. Aber viele Sachen vom Streamen werden kommen. Das kann ich schon mal sagen. After Us. Ich weiß gar nicht, wenn die Folge kommt, ob das schon läuft. Äh. Hat nichts mit einem Körperteil zu tun. Ist ein ganz nettes Spielchen, wie ich finde. Also richtig, richtig cool. So. Ich würde sagen, jetzt wollen wir erstmal... Es fährt ein Boot nach nirgendwo mit mir allein als Passagier. Ah ne, es war ja Zug, ne? So. Wir steuern auf der richtigen Insel zu. Heißt also für uns gleich da. Sehr schön. So. Warte. Was ist das hier? Was ist das? Das ist ein... Huch. Ist das ein Stein gewesen? Eine Hütte. Oh. Da sollten wir vielleicht nicht anlegen. Ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Ich schipper hier mal so ein bisschen rum, ne? Vielleicht haben wir hier so einen Anliegeplatz. Ansonsten gehen wir einfach hier drauf. Ich würde sagen, wir... Wir legen einfach hier an. So. Schwert raus und Attacke. Oh, hier ist Clay. Warte mal. Ich mach mal hier Licht an, damit man auch was sieht, ne? So. Dürfte ja auch nicht mehr so lange dauern mit... Mit... Dass es die Sonne rauskommt. Mir ist übrigens aufgefallen... Ihr habt es gesehen in der Folge... Ich weiß gar nicht welche es war. Meine... Oh. Ich hab Kundschaft. Ähm. Was wollte ich denn gesagt haben? Äh. Ich war grad bei irgendwas gewesen. Entschuldigt bitte. Äh. Meine... Was wollte ich denn gesagt haben? Verdammt. Left Control? Ah ja. Ach, hier ist der Höhleneingang sogar. Ähm. Wo war ich denn? Genau, meine Skillpoints. In irgendeiner Folge. Ich weiß jetzt nicht mal welche. Die waren tatsächlich weg. Wir hatten zwei gespart. Und wollten auf drei oder so. Oder auf vier. Und hatten dann auf einmal nur noch einen. Wo ich leveln wollte. Das ist tatsächlich ein Bug gewesen. Ich hab das nochmal nachgeschaut. Wenn die Folge rauskommt, ist das ja wie gesagt sowieso schon lange her. Die Folge. Aber gut. Nichtsdestotrotz, es geht weiter. Ist jetzt nicht so. Klar. Ist ein bisschen ärgerlich. Aber. Ich hoffe, wir verlieren nicht noch mehr Skillpunkte. Wär ein bisschen blöd. Weil, wenn du keine mehr kriegst. Weil du die ständig verlierst. Dann, ähm. Kannst du ja auch nicht leveln. Und wir sind nicht stärker und so. Das ist natürlich auch blöd. Und weil ich mal bei Diablo. Das kommt ja auch jetzt demnächst raus. Das neue. Okay. Die ist jetzt nicht so groß. Die Insel. Ähm. Das neue Diablo soll. Ja auch dennächst rauskommen. Bin ich auch sehr gespannt. Die Close Beta oder so. Open. Open Beta hatte ich ja gespielt. War sehr, sehr schön. Hat Spaß gemacht. So. Fühlt sich auch so ein bisschen wieder wie früher an. Muss man sagen. So. Dann würde ich sagen. Gehen wir mal in die Hülle. Mal gucken, was uns erwartet. So. Ich glaube, ich habe mich echt doppelt, oder? Ich meine zumindest. Hallo? Test ein. Ja. Okay. Ich mache mal kurz eine Aufnahmepause. Ich bin gleich wieder für euch da. So. Da bin ich wieder. Äh. Ja. Ich denke, ich werde das zusammenschneiden. Hoffe ich. Denke ich. Ähm. Nee. War nichts gewesen. Alles gut. Ich habe da irgendwie nur, glaube ich, meinen eigenen Monk im Ohr, glaube ich. So. Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Und Kristalle. Nehmen wir alles mit. Ich hoffe, wir schaffen das hier auch die Höhle. Wir müssen drei Stücke aktivieren, um diese... War das nicht diese Masterhöhle oder so zu aktivieren? Irgendwie so? So, Pilze mitnehmen. Schwert. Oha. Hallo. Sehr schön. So. Hier geht's rauf. Wo geht's hier hin? Aha. Zu Pilzen. Pilze nehmen wir mit. Alles mitnehmen, was wir können. Na. Hier ist... Oh, da ist noch Kohle. Warte. Die Kohle nehmen wir mit. So. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Da ist nichts runtergefallen. Ich dachte erst, wäre was runtergefallen, aber... Da ist nichts. So, was haben wir hier? Kisten. Ein Kisten ist leider nichts drin. Ich bin da so ein bisschen geschädigt seit Voidtrain. Hallo. Seitdem gucke ich immer. Seitdem gucke ich immer, ob da... Seitdem gucke ich immer in gewissen Gegenständen rein, ob da was drin ist. So, leiten wir mal. Auch wenn da nichts drin ist, muss ich gucken. Es ist leider so. Tut mir leid. So. So, das haben wir auch befreit. Sehr schön. So, du, 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 du. Hier ist nix. Ich frage mich, ob man in der Höhle wohnen kann. Bestimmt schon, ne? Oder? Macht ja Sinn. Weil wenn hier Häuser sind, kann man denn hier bauen? Kann ich hier bauen? Ich frage für einen Freund. Ich kann es anklicken, aber es passiert nichts. Okay, also bauen in der Höhle ist nicht möglich. Fiber. Fiber, Fiber. Noch mehr Fiber. Fiber, dicke Leiber. So, hallo. Ist jemand zu Hause? Ich komme. In Frieden. Erstmal alles blatt morcheln hier. Aber ich komme in Frieden, weißt du? So, das Schlafzimmer, da ist nix. Hier ist auch nix. Oben am Dach. Auch nix. Alles klar. Da ist noch ein Fass. Hätte ich beinahe das Fass übersehen. Sehr schön. Beeren. Mh, lecker, lecker, lecker. Lecker Beeren. So, ich leite mal. Wir leiten mal den Weg. So, was ist hier für eine kleine Hütte? Die ist ja süß. Oh, drei Gold. Ja. Äh. Oh, wenn die mehr von mir rankommen, ist das schwierig, glaube ich, auch so ein bisschen. Aber die kannst du nicht alle gleichzeitig halten. Level up. Sehr schön. Wir haben ein Level up. Das ist ein Skillpoint. Wir müssen sparen. Ich hoffe... Ich hoffe, der Bug wurde gefixt. Wow. Okay. Wir schauen mal. Da unten gehen wir gleich hin. Ich gehe jetzt mal hier gucken. Hier sind nämlich auch noch Gegner. So. Wir räumen hier auf. In der Höhle. In der Höhle. In der Höhle. Was ist das? Oh, Metall. Wir haben ja den großen Rucksack mittlerweile. Was? Ich ein bisschen feiere. Denn... Okay. Die kommen, ne? Kommen die? Die kommen. Oder? Ne. Die bleiben da. Ich gehe jetzt mal hier gucken. Oh, da ist Gold. Gold nimm mal mit. Äh. Wollte ich gar nicht. Wollte eigentlich gar nicht hochspringen. Bisschen ungünstig. So. Sehr schön. Was haben wir hier? Oh, hier geht's nach oben. Oh, da sind bestimmt Metallteile drin, oder? Jawohl. Sehr schön. Da können wir rüberspringen. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal runter. Und hacken mal hier oben uns durchs Gewölbe. So, was haben wir hier? Noch mehr Gold. Sehr schön. Acht Gold. Wir werden reich. Können's bald den neuen Rucksack leisten. So. Erstmal Licht anmachen. Hier waren wir schon. Kann ich einfach hochklettern? Ja, das geht's ja schon. So. Nein. Nein. Oh, Gott sei Dank verliert man seine Teile nicht. Ich dachte jetzt, das wär's jetzt. Oh, hua. Hab ich ja, hua. Oh. Ja. Wir werden reich. 13 Gold. Warum hab ich das nicht hier rüber gemacht? Warum bin ich nicht einfach hier oben hochgesprungen? Das geht doch, oder? Anscheinend nicht. Aber hier über den Balkon wär's doch schon gegangen, ne? Oder? Warte mal. Nee, anscheinend nicht. Bevor ich jetzt runterfalle. Oh, ich hab jetzt echt gedacht, wir sterben. Ich hab jetzt wirklich jeder. Wir nippeln jetzt ab und verlieren alles. Also da ist das Spiel ja wenigstens genädig. Muss man einfach sagen. So. Gut. Weiter geht's im Text hier lang. Und was haben wir hier? Hier ist nichts. Da ist ein Kran. Keine Kranplätze müssen verdichtet sein. Ja, ja. So, hallo. Guten Tag. Ich komm jetzt häufiger. So. Kann ich hier die... Wieso kann ich die... Oh, ich wollte schon grad sagen. Wieso kann ich die Feuerschale nicht anzünden? So. Oh, das ist aber schön hier. Kann man hier angeln? Oh, Mist. Ich hab die Angel nicht mit. Hier gibt's bestimmt besondere Fische. Da würde ich verwetten. Öh. Was? Wollte ich gar nicht. Stimmt, man kann ja schwimmen. Wo komm ich denn hier hin? Äh. Das ist bestimmt nicht gut. Das ist bestimmt keine gute Idee. Äh. Hallo? So. Was ist das für ein Geräusch? Was? Okay. Ja. Okay. Okay. Hallo. Sehen meine Augen Gold? Oder was sehen die da? Ich glaub, ich hab grad Gold gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Erstmal die Pilze mitnehmen. Und gucken, was hier ist. Geht's hier weiter? Aha. Aha. Sehr schön. Nein. Aber hier gibt's Kohle. Und die Kohle nehm ich mit. Kohle. Junge, der Mann mit dem Koks ist da. Ja, mein Junge, das weiß ich ja. Ich hab kein Geld und du hast kein Geld. Wer hat den Mann mit dem Koks bestellt? Na, wer kennt das noch? Gott, ist das lange her. So, hier hatten wir auch noch was. Ich glaub, Metallsplitter. Da oben in der Ecke rennt auch noch jemand rum. Da fliegt jemand rum. Ist das Gold oder ist das einfach nur Metallsplitter? Die so Gold leuchten. Ich glaub, Gold gibt's gar nicht als Ressource, ne? Oder? Ne. Okay. Stone ist full. Hier haben wir auch noch was. Weil, wenn wir schon hier sind. Blub, 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 blub. Oh, Stone ist full. So. Hallo. Uah. Gut, dann muss ich los. Au, ah, uh, ah. So. Schön ist es hier. Haben sie es hier. Das war gemein. Okay, auch nicht. Alter, was? Die fällen sogar Bäume damit. Okay. Der hat den Baum einfach mal gefällt. Ja, Wood nehm ich mit. Pepperwood. So. Oh, wenn wir schon hier sind. Weißt du was? Das muss gar nicht hier stehen. Das Holz muss hier gar nicht stehen. Das kann auch, das kann ich auch gut gebrauchen. Die Kisten nehmen wir auch mit. Geil, Seeds wieder. Sehr schön. Können wir da pflanzen. Ich denke mittlerweile, mittlerweile werden wahrscheinlich unsere, ähm, Pflanzen eingegangen sein. Geh ich mal ganz stark von aus. Da wird wahrscheinlich nichts mehr übrig sein. Die sind alle verdorben. So. Ich sollte mal was essen, ne? Weil ich gerade sehe, wir haben ein bisschen Schaden genommen. Den Rest heilt er ja automatisch. So. Es dauert immer ein Weilchen, bis das berechnet. So. Den auch noch. Supi. Prima, prima. Level up. So, haben wir jetzt zwei Skill Points? Wir haben zwei Skill Points. Sehr schön. Brauche ich mich? Feiere ich ein bisschen? 193 Wood haben wir. Wood in a foot. So, was ist hier? Nichts. Kann ich auch nicht abbauen. Ich dachte vielleicht, naja. Hier ist ein Brunnen. Okay, dann war's. Das glaube ich erstmal hier soweit. Dann gehen wir mal weiter. Ah. Guck mal an. Sehr schön. Sehr, sehr nice. Gut. Dann können wir das aktivieren. Activate. Warte. Hier. Hier. Dungeon Unlocked. So, wir haben mal einen neuen Dungeon angelockt. Das heißt, erstmal zurückdüsen. Wir haben die Helle. Die Helle. Ja, guten Morgen. Wir haben die Helle. Da ärgere ich mich ein bisschen, dass wir die Angel nicht mit haben. Ich wollte sagen, wir haben die Höhle komplett gecleared. Aber der neue Dungeon wird, glaube ich, nicht einfach werden. Könnte ich mir vorstellen. Weil das ist ja, glaube ich. Obwohl, das stand ein neuer Dungeon. Wir haben doch noch einen Schalter, den wir aktivieren müssen. Oder war das jetzt egal, welchen Schalter wir betätigen. Ob auf der einen Insel oder auf der hier. Ist das, ist das egal? Muss ich gleich mal gucken. Ne, wir müssen da noch hin. Da. Die Höhle haben wir gecleatet. Ne, warte mal. Ne. Da müssen wir jetzt hin. Okay. Waren nur zwei Schalter anscheinend. Ich dachte, es wären drei. Aber habe ich mich wohl vertan. Vertan, vertan, sprach der Hahn. Und die Hände. So.